Herzlich Willkommen bei meiner Wenigkeit der Sky zu den Free For The Month Items von dem Monat? Oktober mittlerweile schon. Wir haben diesmal von PolyArt Studio, Dreamscape Stylized Environment, dann haben wir Deep Elder Caves bei Alexander Sischoff, dann haben wir die Gladiator Arena von Denis Rutkowski, dann haben wir die EP Master Materials von Amod Studio und NPC Optimizer von Space Raccoon Game Studio. Schauen wir uns das erste Mal an. Als allererstes haben wir das Streamscape Stylized Environment Tower Stylized Nature Open World Fantasy Pack. Ja, das war ein langer Name. Ich weiß, was ehemals 85 Euro gekostet hat und jetzt für 0 Euro kostenlos für euch zur Verfügung steht. Mit sage und schreibe 5, lasst mich kurz gucken, 4,7 Sterne, also von 5 aus dem Jahr 2022, für die Unreal Engine 4.24 bis 27 und die Unreal Engine 5 bis 5.3 für alle Plattformen, also Android, iOS, Linux, Windows, macOS und so weiter. Das Ganze ist ein Acid Pack im Stil von, ich würde sagen, Genshin, also jedenfalls kommt das so rüber und hat 150 Stylized Meshes. Das bedeutet halt, in dem Stylized Style, wie ihr sehen könnt, haben wir davon 150 Meshes, die sehr gut optimiert sind und wir nutzen hier auch Runtime Virtual Texturing, jedenfalls für das Gras und für die Pflanzen. Im Grunde genommen steht aber noch in der Produktbeschreibung, dass es tatsächlich nur 146 Meshes sind. Also was hier jetzt mit 150 gemeint ist, ich denke mal, das ist Plusvariation, haben wir dann insgesamt 150, aber in Wirklichkeit haben wir 146 Meshes. Davon haben wir aber auch 13 Bäume und 18 Büsche, was wirklich sehr, sehr cool ist und wie gesagt, für Gras und Blumen, Pflanzen und so weiter haben wir RVT, also Runtime Virtual Texturing. Wir haben 23 Klippe oder auch Fels Texturen. Wir haben aber auch noch ein Wasserfall Material und Dorfruinen inklusive, also das sind die Meshes innerhalb dieser 146 Meshes. Wir haben optimierte LODs und Collision, was wirklich nice ist und da kommen wir auch schon zu dem Hauptpunkt, ihr wisst ganz genau, wie das mir immer auf der Seele brennt. Wir haben LODs, yes, nice und wir haben auch noch Collision, was wunderbar ist für ein Asset Pack und wie gesagt, das Asset Pack ist halt für alle Plattformen verfügbar, weil es meistens so ist bei Asset Packs. Es sind ja meistens nur 3D-Modelle, hier halt auch Materials und halt auch Vegetation, da kann es nochmal anders sein, aber hier ist es so nicht, was gut ist. Wir haben Windoptionen, was auch noch nice ist und Texturgrößen von 64 Pixel bis hier kamen. Natürlich können wir die auch jederzeit hoch- und runterskalieren, beziehungsweise nur runterskalieren, hochskalieren, in der Unreal Engine nicht, aber runterskalieren. Ja, was soll ich sagen, es ist ein wunderschönes Asset Pack, wir haben viele schöne Landschaften hier von Ruinen bis hin zu richtigen Burgen oder Burg Tower, sogar Planeten im Hintergrund, das ist wirklich wunderbar oder eher gesagt Monde. Also ich muss sagen, dieses Pack gefällt mir sehr gut und ich schätze mal, so eine Bewertung kommen wir zwar noch nicht, aber ich denke, da kann man richtig coole Genshin-like-Spiele machen, also im Kontext von dem grafischen Stil her und deswegen würde ich mal sagen, kommen wir direkt zu dem Deep Elder Caves Pack von Alexander Sijov aus dem Jahre 2018 mit 5 von 5 Sternen und für die Unreal Engine 4.17 bis 27 und die Unreal Engine 5 bis 5.3. Auch das hier ist ein Asset Pack, also vielseitig anwendbar, aber hier speziell wurde eben angegeben, dass das Ganze für macOS, Linux, Windows, aber auch für die mobilen Plattformen, also sowas wie iOS, hier ist es zwar, hier steht es zwar nicht, aber dann schätze ich mal, wird auch Android gehen, verfügbar steht und verfügbar ist. Alle Fragen wurden beantwortet, das Pack hat 96 Euro vorher gekostet, was ein ganz schön stolzer Preis ist, aber was wir hier bekommen, das seht ihr im Hintergrund, vor allem die Skelette finde ich persönlich enorm genial und diese Fantasy, also diese Fantasy-Umgebung. Auch hier wird gesagt, dass es 250 AAA Quality Assets hat oder beinhaltet. Auch dieses Pack hat diesmal LODs, wir haben Collision und wir haben ORM-Texturen und wenn du noch nicht weißt, was ORM-Texturen sind und wie du die einfach und schnell selber herstellen kannst, dann kannst du ORM-Discord nutzen, den Texture Channel Packer, der für dich komplett kostenlos ist oder du machst das Ganze im Internet, mehr dazu oben rechts bei dem Video. Lange Rede, kurzer Sinn, wir haben hier eine Höhle, 178 Prop Assets, 250 AAA Qualitätsassets von jeglicher Art, ich schätze mal, das gehört hier zusammen, dass wir 178 Props haben von 250 Objekten, darunter aber auch 29 Architektur oder eher gesagt, modulare Architektur Objekte für oder generell um zum Beispiel diese Höhle zu bauen, was wirklich nice ist. Die meisten Texturen haben eine Auflösung von 4096 Pixeln, also 4K und die kleineren 2K. Aber auch hier können wir natürlich einiges runterskalieren von der Auflösung her. Wir haben LODs, was wirklich nice ist, insgesamt 206 Mashes. Auch hier stelle ich mir wieder die Frage, wie kommst du auf 250? Sind das die Variation? Ich weiß es nicht, aber vermutlich. Wir haben aber auch 20 Master Materials, was eine ganz schöne Menge ist und nur 108 Material Instances, das ist interessant. Ansonsten wird hier einige Supporter, wie hier unten nochmal geschrieben wird, auch Konsolen und wir haben auch eine direkte Kontakt-E-Mail-Adresse, wobei das relativ unnötig ist, weil wir haben die ja im Unreal Engine Profil sowieso stehen, also jedenfalls die Creator und ja. So viel dazu, coole Bilder sind sich auf jeden Fall enthalten. Wenn wir hier einen schönen DOF-Effekt im Projekt selber noch hinzufügen, dann bekommen wir genauso coole Bilder und das ist ja auch schon mal eine wirklich, wirklich schöne Sache. Lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zu der Gladiatoren-Arena von Dennis Brutowski aus dem Jahre 2022, Dezember, also im Prinzip schon 2023, mit 5 Sterne-Bewertungen, beziehungsweise mit 2 5-Sterne-Bewertungen, so rum. 6 von 6 Fragen beantwortet, für die Unreal Engine 5 only, also 5.0 bis 5.3, für ehemals 68 Euro, jetzt sind wir bei 0 Euro, für Windows, Linux und Mac OS. Auch das hier ist wieder ein wunderbares Asset-Pack, wir haben diesmal hier sage und schreibe 145 Meshes, alle, wie der Auto selber sagt, in AAA-Qualität, wir haben Collision, wir haben LODs, Leute, ich habe irgendwie das Gefühl, die Unreal Engine Marketplace, Leute, haben sich diesmal so gedacht, sie verwöhnen uns mal wirklich, dass jedes Ding hier LODs und Collision hat, unabhängig davon, ob es Nanite nutzt oder nicht, was ich cool finde, weil so hat man eben für seinen Use Case maximale Verwendung für dieses Asset-Pack und muss nichts machen. Auch hier haben wir eine Texture-Size von 4K, also generell 4.096 Pixel für die meisten oder für manche Assets, aber die meisten haben wohl 2048, also 2K Texturen, was auch völlig in Ordnung ist. Ansonsten, wie gesagt, Collision, LODs, 145 Meshes, 131 Texturen, darunter 3 Blueprints und natürlich auch noch 58, naja, Material Instances. Das ist auch eine gute Anzahl. Das Ganze ist eine Gladiatoren-Arena, wie man das sicherlich schon jetzt irgendwie gecheckt hat und ich muss sagen, auch das Pack finde ich gerade grafisch für den Screenshot sehr, sehr, sehr nice. Naja, kommen wir jetzt zu EP Master Materials von AMOD Studios. Hier gibt es leider kein Preview-Video. Ansonsten haben wir hier aber auch 5, 3, oder eher gesagt, 3, 5-Sterne-Bewertungen, 9 von 9 Fragen beantwortet. Das Ganze kostet 28 Euro und ist für Windows, Mac OS und auch Linux verfügbar, für die Unreal Engine 4.20 bis hier 27 und die Unreal Engine 5 im Generellen. Ja, was soll ich hierzu sagen? Wir sehen es schon auf den wunderbaren Bildern. Hier haben wir haufenweise Features natürlich drin, das sind die Master Materials, die auch Material Functions nutzen und wir haben hier natürlich volle UV-Control, UV-Cropping und, 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 und. Hier, okay, nee, wir kommen noch nicht zu der Bewertung, deswegen spare ich mir das noch, aber wir können hier auf einiges oder generell auf jeden Fall einiges machen. Es ist GPU-Friendly, was wirklich nice ist und ja, wir können hier von Vertex-Painting bis sonst was wirklich alles Mögliche machen. Das steht hier auch nochmal schön unten dabei, 9 produktionsfertige, anpassbare Master Materials, 80 Template Material Instances und Examples. Ja, das ist ja wirklich nice, ne? Wir haben hier 2K-Texturen im Überfluss, ansonsten nur noch ein paar Nebentexturen, aber insgesamt steht hier, dass wir neuen Master Materials haben, wie eben schon gesagt wurde und wir haben eine Dokumentation, da kann man sich nicht beklagen. Gut, mehr kann ich jetzt zu dem Pack hier auch gar nicht großartig sagen. Mal gucken, gibt es hier unten irgendwas cooles? Nein? Gucke ich immer mit einem Auge nochmal ein bisschen weiter darunter und dann schaue ich mir immer an, ob es da noch was cooles gibt. Ja, ich kann hierzu jetzt gar nicht mehr sagen, das mache ich nämlich dann gleich noch in der Bewertung, aber zuerst kommen wir jetzt mal zu dem MPC-Optimizer von Space Raccoon Game Studio aus dem Jahre 2021 mit 10 5-Sterne-Bewertung, 29 von 29 Fragen beantwortet. Hier hatte jemand auf jeden Fall ein paar Fragen noch, wieso? Das schauen wir uns gleich mal an. Und wir haben natürlich hier das Ganze für Windows, Linux, wir haben das für macOS und natürlich auch noch für diverse andere Plattformen, darunter Android und iOS, was wirklich cool ist. Dieses wunderbare Plugin hier und ja, es ist ein Engine-Plugin, das heißt, es ist zu 100% in C++ geschrieben worden beziehungsweise das wurde jedenfalls hier so gemacht und ja gut, es ist ein Engine-Plugin, das wird es vermutlich immer, weil es ja ein C++ im Prinzip ist. Aber das Gute ist, C++, für die Leute, die es nicht wissen, ist ein bisschen noch optimierter als Blueprints, also ist es sogar noch ein bisschen besser und mit C++ kannst du heute noch viel mehr anpassen als mit Blueprints. Aber so viel dazu, dieses Plugin soll dafür sorgen, dass unsere Bots, zum Beispiel haben wir 1000 Bots in unserem Level und wir wollen das jetzt optimieren. Und wie machen wir das jetzt? Weil das kann ja schon ein paar FPS ziehen, ne? Also er hat hier nämlich ein Beispiel gehabt, dass wir hier von 8 FPS mit 1000 Bots ohne Optimierung mit seinem Plugin auf 298 wunderbare FPS kommen mit Optimierung und wenn wir wirklich maximal optimieren, dann sogar 333. Natürlich ist jetzt auch die Frage, mit was so ein System erst getestet hat, das hat er leider nicht angegeben, aber wir haben verschiedene Features, zum Beispiel halt das Hauptfeature, es ist komplett in C++ geschrieben, was ein riesiger Pluspunkt ist. Wir haben out of the box, da wir nur eine Component zu unserem Bots hinzufügen müssen, eine bis zu sechsfache Erhöhung der Spielgeschwindigkeit generell oder der Performance, was wirklich cool ist und die Skeletic Mashes werden im Generellen, genau wie mit dem Movement Component und AI Controller optimiert. Es gibt natürlich auch keine Limitierung, klar ist ja auch irgendwo logisch, da wir ja hier nur ein Component haben, was hier viel nachoptimiert, benötigen wir hier oder haben wir jetzt keine Einschränkungen bezüglich dem oder dessen, was jetzt von der NPC Logik möglich wäre oder nicht. Aber es gibt hier wirklich viele coole Dinge, wie zum Beispiel, dass wir halt eher eine enorme Performance-Steigerung haben mit einem riesigen Drawback im Kontext von, dass es leider nicht für Multiplayer möglich ist. Also man kann es natürlich auch Multiplayer-Spielen im Prinzip anwenden, aber da gibt es wohl ein paar Probleme, deswegen klappt es nur mit dem lokalen Spieler. Gute Nachricht ist aber, wenn ihr einen Singleplayer-Spiel erstmal plant oder das Ganze für euren Singleplayer-Mode verwenden wollt, let's go, macht das, das geht. Also von daher, macht es auch. So, ja, das Ganze macht nicht nur, oder macht das Ganze, also die ganzen NPCs nicht nur unsichtbar, sondern kann es oder kann sie auch freezen, wenn man sie nicht mehr sieht, all den nach. Aber haben wir hier eine Dokumentation? Ja, wir haben eine Dokumentation und ja, wir haben ein Support-Discord-Channel, was wirklich schon mal gut ist, ein Example-Project, was auch nice ist, Videos, etc. Ja, Leute, so viel dazu. Jetzt kommen wir zu der Zusammenfassung und zwar von dem Dreamscape-Stylized-Pack bis hin zu dem NPC-Optimizer. Was ist das beste Pack des Monats? Gehen wir mal durch. Dreamscape-Stylized-Environment-Tower-Stylized-Nature-Open-World-Fantasy. Ich liebe diesen Namen. Ja, das ist ein wirklich cooles Pack, was wirklich schön aussieht. Und ihr seht ja, wir haben hier auch Interieur, was wirklich nochmal einen riesigen Pluspunkt hat. Aber von der Variationsmöglichkeit ist das hier natürlich ein bisschen beschränkter. Da müssen wir natürlich noch mehr Assets kaufen. Im besten Fall hat der Hersteller, der Creator hier in dem Ziel auch noch weitere Assets. Mir gefällt die Natur hier aber alle Male. Also die Natur sieht wirklich top aus. Mir gefällt das. Da könnte ich direkt drinnen rumhüpfen und schön. Einfach nur schön, Leute. Das gefällt mir sehr. Muss man ganz klar sagen. Also so viel dazu, Leute. Das hier ist schon mal definitiv nice. Vor allem, weil wir ja hier unten auch LODs haben und Collision. Und natürlich auch 4K-Text-Tonen, die wir runterskalieren können. Das ist wirklich nice. Unreal Engine 4 Support, Unreal Engine 5 Support. Für mir gibt es auch einen Support für sage und schreibe 5 Sterne für Dreamscape Styler's Environment Tower. Also 5 Sterne für dich hier, Poly Art Studio. Jetzt kommen wir zu Deep Elder Cakes. Oh, Deep Elder Cakes. Das ist natürlich auch noch eine Sache. Hat auch viele Mashes, genau wie das Pack davor. Und es sieht einfach wirklich nur klasse aus. Ein wunderbares Skelett. Also das ist wirklich, damit liebäugle ich auch schon gerade, ob ich das in BOD mal irgendwo anwende. Aber ich finde ja so Fantasy Environments enorm nice. Und das hat einfach irgendwie was. Ich weiß nicht, warum das Skelett da steht, das weiß ich nicht. Vielleicht bewegt sich ja, das wäre dann ein bisschen gruselig. Aber generell würde ich sagen, das würde glaube ich nicht mehr so da stehen. Aber hier, sowas hier, wo die dann da rumsitzen oder wo die hier auf dem Boden verstreut sind. Mit diesen Maya-ähnlichen kleinen Figürchen. Das ist wirklich sehr, sehr nice. Hier dieses Skelett. Also ich bin mir nicht sicher, ob das noch so ein eigenes Stück da hängen würde. Aber never mind. Ist das hier Münzen? Vermutlich sind das Münzen. Das ist halt so Fantasy, Hext-mäßiges. Ich finde es top. Auch das hier bekommt 5 Sterne von mir. Wir haben ebenfalls LODs und Collision. Auch hier, Props gehen wieder raus. Nice one. Oh, eine Sekunde gerade noch. Ja, auch Collision. Genau, hier haben wir auch ORM-Texturen. Das sollte eigentlich mittlerweile Standard sein. Aber, auf der anderen Seite, ja, sollte sein, muss nicht sein. Kann der User auch im Notfall noch selber machen. Aber wenn man es dann macht, dann soll man es angeben. Und wenn man es nicht macht, dann hat man eben auch nicht. Da kann man im Nachhinein noch nicht sagen, auch wenn ich finde, es sollte Standard sein, wenn es hier nicht angegeben ist, kann man noch nicht sagen, dass es dabei stand. Also von daher ist es auch okay. Okay, 5 Sterne. Gladiator Arena Environment Kit von Denis Rutowski. Oh, oh, warte mal. Rutkowski. So, jetzt habe ich es. Wir haben auch hier wiederum einige hochqualitative Mashes. Auch hier haben wir Collision und LODs. Das ist wunderbar. Ich bin mir jetzt nicht sicher. Dazu dann gerade meine Kreativität nicht so richtig. Was man hiermit anfangen könnte, vom generellen Pack her. Zumals, wenn ich das hier richtig sehe, lasst mich mal kurz gucken, wo war das? Haben wir eigentlich... Hier fehlt leider ein Bild. Keine Ahnung, ob das an mir liegt oder nicht. Aber so wie das jetzt gerade aussieht, haben wir kein Exterieur. Also das hier ist ja alles nur im Prinzip Interieur, aber kein Exterieur. Und deswegen ist das hier vielleicht ganz nice für eine Deathmatch Arena, wenn ihr so ein 1 vs. 1 oder so machen wollt. Vielleicht für so eine Art Wartelobby oder sowas. Aber ja, wie man das so von Minecraft-Servern kennt. Aber ich weiß jetzt halt nicht, für was man das hier sonst verwenden sollen würde oder könnte. Und deswegen, keine Ahnung. Vielleicht fällt euch was ein. Wenn ja, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Ich frage von meiner Seite aus 4 Sterne. Aber fairerweise muss man hier auch 5 Sterne geben, weil er hat hier nichts falsch gemacht. Wir haben LODs, wir haben Coolition. Nur die Anwendbarkeit. Da würde ich sagen, das kommt schon mal nicht in die Frage, das beste Assets des Monats zu sein. Einfach weil ich nicht will, man wüsste, wofür ich das jetzt großartig verwenden sollte. Weil ich kann es ja noch nicht mal in so eine römische Umgebung hinstellen, weil wir ja hier, wie man sehen kann, noch nicht mal ein Exterieur haben. Oder irre ich mich? Also wenn ich mich irre, gerne korrigieren. Ja, ansonsten, ein nices Pack, 5 Sterne, weil ich kann da halt nichts bemängeln. Außer, dass ich halt nicht genau weiß, worum es hier gehen soll. Aber hier steht ja auch nicht, dass es jetzt, ja, Arena Kit, das ist halt so eine Sache. Ja, hm. Es gibt halt kein Exterieur, was ich ja sehr blöd finde, weil wenn ich es in eine Stadt stelle, kann ich es ja nicht verwenden, oder? Hm. Also Leute, ich kann es euch leider jetzt gerade nicht sagen, ob das jetzt hier, also ich weiß nicht, wie ich es bewerten soll, weil das stört mich schon, aber das ist ja nichts, was jetzt hier steht, dass es so ein Exterieur hat. Es hat irgendwie keins und das ist halt aber auch nichts, was jetzt hier beworben wurde. Also kann ich ja dafür schlecht irgendeinen Stern abziehen. Ihr versteht vermutlich, was ich meine, aber ich wüsste jetzt nicht, wofür man das verwenden sollte, außer für eine Wartelobby, weil man hat ja keine Außenansicht, ne? Jetzt kommen wir zu EP Master Materials. Dieses Pack hier, da habe ich ja eben gesagt, ich warte bis zur Bewertung. Das ist wirklich nice und wir haben schöne Master Materials, gerade wenn ihr lernen wollt, wie man solche Master Materials bastelt, dann ist das hier wirklich eine coole Sache. Aber ich muss ganz ehrlich fragen, benötigen wir denn so ein, ja, Eye Perfection Master Material wirklich? Wir haben hier ein perfektes Master Material, wo alles mögliche drin ist, nur vermutlich benötigen wir die Hälfte, nicht mal für unser Spiel. Also ist doch die Frage, ob sich das hier überhaupt lohnt, weil ehrlich gesagt, gut, dann haben wir hier Vertex Painting, was wirklich cool ist und wir haben Opacity und Class, Text Inside, Opacity, Class. Warte mal, der Text ist hier drinne und warum sieht der Text dann nicht verändert aus? Naja, egal, nevermind. Aber das ist ja wirklich alles schön gut, aber die Frage ist, benötigen wir das denn wirklich alles? Ich habe eben auch hier gesehen, Water Puddles, das ist cool, Crunch Wall, Vertex Painting, wie gesagt, wir haben hier alles mögliche, hier Vertex Painting mit Transition Mask, was wirklich cool ist. Aber auf der anderen Seite haben wir auch Distance Banes, Base Tessellation, Immassive, gut. Aber die Frage ist, okay, ich habe jetzt hier mein wunderbares Projekt. Benötige ich Displacement? Vermutlich nein. Vertex with Transition Mask? Ja, vielleicht. Parallax oder Parallax oder Parallax, so, Exclusion Mapping? Weiß ich nicht. Ist es cool, aber benötigen wir das wirklich für jedes unserer Projekte? Das heißt, wir haben hier ein Material, was äußerst komplex ist und wir benutzen vielleicht noch nicht mal die Hälfte dieser genannten Features hier. Weiß nicht, also ob das dann jetzt eine sinnvolle Sache ist oder nicht, das müsst ihr entscheiden. Ich glaube ehrlich gesagt, und das tut mir leid, aber nein. Deswegen würde ich hier vier Sterne geben. Es ist ein cooles Material, aber hier muss ich ganz ehrlich sagen, die Anwendbarkeit, das ist beim Asset Pack vielleicht anders. Aber hier ist es ja ein Master Material, das heißt, wir müssen auch die Anwendbarkeit letztendlich bewerten, weil das ja dann unser Master Material ist. Das Material der Materials, wo alle unsere Material Instances drauf beruhen. Und da würde ich sagen, ist das hier nicht so gegeben. Also vier Sterne, auch wenn es ein Fünf-Sterne-Material ist, aber die Anwendbarkeit ist, also ob ich das nutzen kann, die Usability ist auf vier Sterne, würde ich meinen. Vielleicht irre ich mich, was ist eure Meinung dazu? Wir haben hier auf jeden Fall neun Stück. Zum Lernen ist es hier bestimmt top, aber auch hier Cropping, UV-Cropping. Wozu brauche ich UV-Cropping, wenn ich eigentlich meine 3D-Objekte ja so mache, dass ich direkt zugeschnittene Materials habe? Und hier ist dann halt auch die Frage, haben wir hier ORM-Support? Vermutlich nicht. Weiß ich aber nicht, will ich auch gar nicht bewerten, aber das ist so eine Sache. Optimization Calculation. Ja, das ist schön, aber wie gesagt, braucht man es? Ich weiß es nicht. Jetzt kommen wir zu NPC Optimizer von Space Raccoon Game Studio. Oh, warte, ich muss den ganzen Titel hier aussprechen. NPC Optimizer Automatik oder Automatic Optimizer NPC for your game. Ja, wunderbar. Hier kann ich auch gar nicht irgendwie großartig viele Dinge kritisieren, außer dass wir hier natürlich leider keine oder keinen Multiplayer-Support haben. Aber er scheint ja das zu halten, was er hier bewirbt. Und das heißt, auch hier und auch du bekommst 5 Sterne. Documentation. Ähm. Ah, okay. Er hat also noch ne Frage, ne Documentation gibt es aber hier. Fairerweise gucke ich mal kurz rein. Nicht, dass wir hier zu irgendeinem Stuss kommen. Aber nein, das hier scheint alles zu funktionieren. Es ist sehr, sehr gut aufgelistet. Example Project. Hier haben wir alles mögliche. Hier kommt jetzt auch, wie wir das Ganze einfügen und so. Also da muss ich sagen, das finde ich ja nicht schlecht, ne? Ähm. Not bad. Not bad, not bad. Also von daher, Props gehen raus. 5 Sterne. Was ist das beste Plugin oder das beste Asset Pack des Monats? Ehrlich gesagt, es ist schwer. Das Dreamscape Environment, das ist enorm schön. Es erinnert mich an Genshin. Es hat eine enorm schöne Umgebung generell. Und ich denke, wir können das für die meisten Szenarien nutzen. Dagegen ist aber das Deep Elder Case Pack auch extrem schön. Kann aber nur in, also in einer, oder generell in einer Höhle, äh, innen drin genutzt werden. Was auch ungünstig ist. Aber damit können wir ganze Höhlen bauen. Das Gladiatoren Pack, das ist halt nur für Lobbys, finde ich, ganz gut anwendbar. Weil wir kein Exterieur haben. Das Master Materials Pack ist was sehr Spezielles. Und ob wir das wirklich benötigen, bezweifle ich irgendwo schon. Ähm. Teile daraus, aber ist nie vermutlich als Ganzes. Den NPC Optimizer, der ist wirklich nice. Und dort kann ich gar nichts Schlechtes sagen. Das hier ist für Singleplayer-Spiele ideal. Deswegen würde ich sagen, entweder der NPC Optimizer oder das Dreamscape Environment. Weil wir ja, ähm, Outdoor haben. Außer ihr benötigt nur Höhen, dann wäre das hier natürlich eure Wahl. Aber ich würde sagen, der Automatic NPC Optimization Component Plug-In-Kram. Ich wollte jetzt den Satz nicht nochmal umbauen. Ja, das ist das Monat, oder generell das Asset des Monats. Weil ich denke, das kann fast jeder nutzen. Außer ihr macht Multiplayer-Game. Ansonsten das Dreamscape Environment. Dann das Eep Elder Caves. Dann das Gladiator Arena. Und dann Eep Master Materials. Was haltet ihr davon? Wie bewertet ihr das? Sagt es mir gerne. Schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Morgen kommt das Community-Showcase-Video. Also, let's go. Haut rein. Ciao, ciao.